Street Mag Show Hannover 2024 und das ganze bei über 30 Grad. Ja, wir schauen mal übers Gelände, was wir alles so schön sehen können und ich hoffe, dass ich während dieser kleinen Rundtour ja nicht vertrockne. Street Mag 2024, bleibt dran! Die Street Mag Show Hannover ist das Event für Liebhaber amerikanischer Fahrzeuge. Im Jahr 2024 fand das 35-jährige Jubiläum statt. Das heißt, seit 35 Jahren ist die Street Mag Street Mag Show, fester Bestandteil der US-Car-Szene in Hannover und lockt jährlich über 2700 Teilnehmer in unsere Landeshauptstadt. Ah, herrliche Fahrzeuge hier. Ob alt, ob jung, ob viel blinkt, blinkt dran oder verrostet in einem schönen, gezeichneten, alten, rostigen Zustand, völlig egal. Jedes Fahrzeug ist hier eine echte Individualität und herrlich anzuschauen. Und ja, mit dem einen oder anderen Fahrzeug möchte man direkt mal mitfahren. Benzin liegt in der Luft. Ah, herrlich! Für 14 Euro Eintritt pro Person bekommt ihr jede Menge 50er Jahre Heckflossen, Hot Rods, Muscle Cars, Lowrider, Customs und natürlich Dragster-Fahrzeuge. Auf der Showbühne findet eine moderierte Fahrzeugpräsentation statt. Es gibt Stuntshows, Rock'n'Roll Live Musik und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ausdruck 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 des ZDF, 2020 Eine ordentliche Portion Harleys darf natürlich nicht fehlen bei so einem Treffen. Eine Harley hier wirklich schöner als die andere und ich schwitze mir hier den letzten Tropfen Flüssigkeit aus dem Körper, ich sag's euch, aber ich hab ja eine Mütze auf, so verbrenne ich mir wenigstens nicht die Schädeldecke. Herrlich, so viele tolle Fahrzeuge hier, ich bin völlig platt. Ach, Race Ends, die dürften hier nicht fehlen bei der Street-Mack-Show. Wir machen eine klasse Show hier, die schauen wir uns nachher nochmal an, da geht ordentlich Qualm in die Luft, aber auch so herrliche Fahrzeuge, immer matt-schwarz, ist ja meine Lieblingsfarbe für sowas. Besondere Fahrzeuge bekommen auch ein besonderes Kennzeichen, genau wie der hier. Geil, herrliche alte US-Fahrzeuge hier zu gewöhnen, hier von der Militärpolizei. Und dieses Blaulicht oder Rotlicht, das erinnert mich so ein bisschen an den Film, ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds, dem schnauzbart tragenden Macho-Typen, der da mit seinem Kumpel eine Lkw-Ladung durch ganz Amerika schleusen will. Und der wurde hiervon dann verfolgt. Ja, das ist doch so ein Auto, mit dem Colt Sievers immer rumgefahren ist, meine Lieblingsserie hier in den 80ern, damit bin ich groß geworden und Colt Sievers, der ist mit diesem Auto überall rüber gesprungen, was ihm vor die Flinte kam. Ungefähr so ein ähnliches Fahrzeug muss das gewesen sein. Ja! 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 Na, welchefe! Ja! Oh, meine Uhr sagt, laufe Umgebung. Ich muss ja mal wegen die anderen Zahlen einladen. Habe ich es nicht gesagt, Gänsehaut pur, wenn die Race Ends ihre Show hier abziehen. Cooles Team auf einem cooler Kanal, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Müsst ihr mal draufgehen und vielleicht ein Abo dalassen. Auf jeden Fall wert, besucht zu werden, der Kanal. Ich wünsche dem Team weiterhin Toi Toi Toi, dass alles so gelingt, wie sie es sich vornehmen. Wir gehen hier zum finalen Rundgang über. Ah, herrlich. Gänsehaut pur. Ein herrlichster Moment. Nach dem nächsten eigentlich nur herrliche Momente. Zum Abschluss hier ein schöner, alter Feuerwehrwagen. irgendwo in den 60er Jahren gebaut und nicht von irgendjemandem gefahren, von irgendeinem normalen Feuerwehrmann. Nein, der Fire Chief, der hat diesen Wagen höchstpersönlich irgendwo durch Amerika geschippert. Und dann, ja, das ein oder andere böse Feuer bekämpft. Ja, und jetzt steht er hier in Hannover bei der Streetmax Show 2024. Ja, und mit diesen herrlichen Bildern verabschiede ich mich. Schönen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Ich habe mir Gott sei Dank aufgrund dieser Mütze hier die Kopfhaut nicht komplett verbrannt, aber die Arme sind ganz schön rot. Aber ich hoffe, das wird in den nächsten Tagen dann in ein dezentes Braun übergehen. Drücken wir mir mal die Daumen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sprüdi. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.